Trotz losgehen! Wirkliche Dämmungs-Strike! Ja geil! Episch leeren Flammfrügler! Ja Jongler! Panther! Und Saber! Wieso müssen die diesen Saber-Strike immer reinnehmen? Der ist scheiche! Zumindest die erste Phase! Hüter, wir haben eine Hochfrequenzübertragung reinbekommen. Herkunft ist irgendwo entlang der Küste, in der Nähe des Kosmodroms. Das ist Rasputin, der KI-Kriegsgeist. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist das ein Notruf. Es gibt nur noch so wenige, die Ballett zu schätzen wissen, Hüter. Es wäre eine Schande, ihn zu verlieren. Wir können es uns nicht leisten, eine weitere Omni-Ghul-Situation zu haben. G, schätze die Bedrohung ein und hilf Rasputin. Etwas, das den Kriegsgeist bedroht, bedroht auch die Stadt. Hm. Ja gut, der einzige beschissene Kacktus hier ist der Strike. Der Rest ist ja nicht mehr, uns noch mal zu schaffen oder gut zu schaffen. Ich hoffe, die kommen nicht. Ich hoffe nicht, dass die Besessenen kommen. Weil die Kugeln kommen hier auch. Das sind die Codes, die wir brauchen, um seinen Bunker zu betreten. So, alles. Da kommt der Satellit! So, wollen wir mal gucken, wie oft wir draufgehen. Ja, wollen wir mal kurz warten oder wollen wir gleich loslegen? Weiß ich nicht, mir egal. Wir müssen versuchen erstens so. Probieren wir erstens so, ne? Wahrscheinlich dauert es eh ein bisschen länger. Oh, die sind blöden Glätsch da. Oh, die sind blöden Glätsch da. Ah, ich klappe halt nochmal. Müsste ja ja absprechen, wer denn super gezündet wird erstens, ne? Ja, das ist schon mal gut, Anna. Vielleicht habe ich gleich guten Damage gekriegt. Ja, ich kann eigentlich nur noch vorher spielen, als ich dann für ein PC gespielt. Oh, das macht auch nicht Schaden. Oh, aber das ist schön viel da, das Ding so. Ich arbeite so schnell ich kann. Man hätte meinen können, dass Rasputin es uns etwas einfacher gemacht hätte. Aua, aua. Hup, ich bin hier oben oben gestanden gerade. Da kann man fast werden. Ich habe Zugang. Machen wir uns auf. Okay, die Phase gehört ganz gut. Aber ich glaube, wenn die Besetzung da gewesen wären, wäre das nicht so schön gelaufen. Ortsputin... Ach, den Checkpoint holen? Okay. Oder kannst du den Checkpoint holen? Das gehört gar nicht. Ich hab keinen, der kommt bestimmt, der kommt jetzt. Schoob-doob-doob. Schoob-doob-doob. Schoob-doob. 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 Okay, ja, putz mal ihn hier. Stehen. You're coming now. Wow, you're coming off. Ah, verdammt. Ah, echt, die Tarnfitzen, der Heiliger ist echt gut, das hier. Was ist sie denn? Ah, ah, ich will hier auch wieder. Zack. Ah. Ah. Geh weg. Also offensichtlich links da. So. Ich könnte versuchen seine System sperren zu überschreiben. Doch wer weiß, wie er darauf reagiert. Es muss einen anderen Weg geben, um sie zu umgehen. Wenn man ne Woche das nicht gespielt hat, dann guck mal blöd auf der Wäsche hier. Und Gamepad. Aktuell auf. Kontrolle. Kontrolle. Es hat geklappt. Vielleicht etwas zu gut. Genau, ich will meine Schüssel nicht verschwenden. Moink, moink, da. Gehen wir mal gucken, ne? Was vielleicht kommt. Diese ganze geballte Kraft. Eines Tages werden wir eine Kommunikation mit dem Kriegsgeist aufbauen. Mit ihm sprechen, ihn verstehen. Sollten wir jemals ein zweites goldenes Zeitalter erreichen, dann mit Rasputin an unserer Seite. Ist er da? Ne. Soll ich mal um die Tür hin zu laufen? Okay, jetzt mal ganz gut. Genau. Ja, dann war unten So, jetzt singen wir's neben hier, oder wat, oder wer, oder wie? Cool So, ich hab... Ich muss mal warten, bis die... Ah! Wo ist denn hier? Ich stand nur direkt bei mir, ey P-Tucker, fire Ich hab einen Schreck Ja Ich bin hier Keine Ahnung, oder wie ich bau mir? Wah Ah, das ist denn Treff doch einfach mal, oh. Nein. Ich habe gerade auch nicht so gemacht. Ja, die kommen jetzt alle bitte hier rein. Ich habe im Moment noch gar nichts, ey. Ich muss mich nicht mehr mit spielen, ey. Ich habe das zugebracht. Da kommen noch mehr Explosionsschweber hier zu dir. Zeig vor der Tür ist einer. Okay, jetzt kannst du mich eigentlich wiederholen schnell. Aber es sind ein paar Sniper da, glaube ich. Ich bin jetzt hier zurück. Ich bin jetzt hier zurück. Dann schießt du erst mal, ja. So, jetzt gehe ich wieder raus. Ja. Auf die Kugel. So, Feierabend hier, oder was? Okay. Das ist da, die Kugel. Kugel. Ach, hier kommen wir nicht zu verpfädeln, ach scheiße, ich bin hier drückt. Ah, Leere in Flammen ist echt super. Nicht damage. So, dann nehme ich schon mal Synthese rein. Rasputin macht sich ernsthaft Sorgen. Ich glaube, sie versuchen seine Datenbank zu umgehen, um direkte Kontrolle auf die Kriegssatelliten zu erlangen. Das wäre nicht so gut. Alter, sonst warten wir mal eben kurz. Ich weiß nicht, dass die Tür zugeht hier und er kommt nicht mehr rein. Das ist ein Goldengeist hier, ja ne? Das müssen wir auch schon haben, oder? Ja, wie schon. Rambazamba! Da kommt er, da kommt er, ich sehe jetzt zwei Namen hinter der Band. Da kommt er. Da kommt er. Da, 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 da. Hallo! Oh. Ich glaube, die kommen, es gibt zwar auch ein paar Explosionsdinger, aber sonst... Oh, versprach ich noch. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja. Ja. Sehr gut. Dieser Schweber wurde dazu modifiziert, sein System zu knacken. Verarbeiten wir ihn zu Schrott. Oh, versprach ich noch. Was denn? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Scheiße. Wo kommen die? Wo kommen die? Wo kommen die? Da oben! Fuck! Ja ja ja! Jetzt schnell! Bumble! Bumble! Bleib drücken! Bleib drücken! Oh, die sind da dran. Wow wow wow, was machen die drinnen? Ja. Noob Saver, Noob! Noob Saver, Noob! Das war ja klar. Die Gefallenen werden nichts von diesem Einbruch bekommen. Nicht einmal ein Staubkorn. Ich schicke einen Einsatztrupp, um den Komplex zu versiegeln. Das kann der Schlunderspiel von Warlord. Dank dir hinterlegt der Traum der Stadt weiter. Ohne die Axt vorwaffen im Hebel. Toll. Ja, ging er fix. Das ging er fix. Ja gut, das sind auch keine Besessenen, ne? Oh mein. 305 warst du gekriegt? Ja geht ja. 310er von Warlock, ist auch okay. Und ich hab wieder diese 3 der Münzen gekriegt. DAL! 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 DAL!